Jagoda Marinić bringt Menschen zusammen, egal ob auf Papier, im eigenen Podcast oder als Leiterin eines interkulturellen Zentrums. Es wäre toll, wenn ihr diesen Geschichten Raum gebt, erzählt, tatsächlich der Gesellschaft, die wir längst sind. Wir reden hier nicht mehr von der Zukunft. Gute Spielorte zu geben, gute Treffkunden. Wie geht gelebte Vielfalt? Das Gespräch mit Jagoda Marinić am Dienstag um 22.30 Uhr hier bei NDR Kultur. 20 Uhr ARD Radio Festival 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 ARD Radio Festival